Wenn aus SMART genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge und ich möchte gleich am Anfang ein herzliches Dankeschön an euch loswerden, denn ich habe vor ein paar Tagen euch aufgerufen und habe gesagt, hey, wir machen hier ein Daily-Format draus, wir brauchen eure Unterstützung, so oder so. Inspiriert uns mit Content-Ideen, Interviewpartnern, Zitaten, was auch immer euch einfällt, was ihr gerne hier in dieser Podcast-Folge gerne mal hören wollen würdet. Und ihr habt es getan. Ihr überschwemmt quasi unser Postfach mit euren inspirativen Gedanken, die ihr mit uns teilt. Und dafür möchte ich einfach mal ein großes Dankeschön sagen. So, das war mir wichtig. Jetzt steigen wir ein in das Thema Transformation und Change. Genau darum soll es heute gehen. Deswegen auch der Titel dieser heutigen Folge. Ich drehe am Fahrrad. Warum Fahrrad? Ich hatte heute einen Termin bei Deutsche Dienstraat. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben im Dezember eine Podcast-Folge aufgenommen mit Christina Dimpuelo, Geschäftsführerin von Deutsche Dienstraat. Und die Christina, alias Tina, hat mit mir verabredet, dass wir den Genius Alliance Award, den ich am Ende der Podcast-Folge verliehen habe, ich habe euch das auch nochmal in den Journalist verlinkt, dass wir die Übergabe persönlich machen. Also ich fahre hin und bringe den Award mit und dann machen wir die Übergabe. Jetzt war Weihnachten, Neujahr dazwischen. Wir haben im Januar keine Zeit gehabt und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auf den Weg gemacht und wurde gleich herzlich empfangen. Ich meine, wir reden hier über die Fahrrad-Dynastie in Deutschland. Hier ist quasi das E-Mountainbike erfunden worden. Über 100 Jahre Erfahrung. Das Thema Fahrrad ist Teil der DNA. Unter anderem eben auch von Deutsche Dienstraat. Was eine fortführende Company ist, die es jetzt seitensichtbar ist. 20, glaube ich, gibt. Also durchaus Startup-Charakter. Und genauso hat sich das angefühlt. Also ich wurde echt familiär empfangen. Es war super sympathisch von Anfang an. Also da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Tina und Maximilian. Die beiden Geschäftsführer haben mich quasi in Empfang genommen. Und dann haben wir stundenlang darüber gesprochen, was so alles in der Zukunft, in der Vergangenheit war, in der Zukunft sein wird. Und was mich so begeistert hat, war dieses Open-Minded-Mindset. Also dieses Offensein für Veränderung. Offensein für Neues. Dinge, die eigentlich gesetzt sind, nochmal in Frage zu stellen. Was Neues zu entwickeln. Und so entwickelt Deutsche Dienstraat zum Beispiel gerade eine digitale Plattform, auf der du im Grunde das ganze Thema Dienstraat komplett digital papierlos abwickeln kannst. für deine Mitarbeiter. Also unbedingt mal anschauen. Wir verlinken alles in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das lohnt sich. Und dann bin ich aus dem Termin raus. War total begeistert von dem Unternehmen, von den Persönlichkeiten, von den Gründern. Und habe mir gedacht, hey, wir müssen heute eine Podcast-Folge zum Thema Change machen. Zum Thema Transformation machen. Was verändert sich durch die Digitalisierung, um diese Muster einfach nochmal in unseren Kopf reinzuholen, um zu verstehen, was müssen wir eigentlich für eine Haltung haben, um diese Veränderungen auch aushalten zu können. Lass uns mal einsteigen in das Thema heute Digitalisierung und Transformation. Ich möchte einen bildhaften Vergleich bemühen, damit das ein bisschen plastischer wird. Denn ich habe zum Beispiel nach meinem Leistungssport Fechten, habe ich eine Zeit lang Kampfsport gemacht, Karate gemacht, Shoradu Karate. Und ich möchte das Business heute mal mit diesem Vollkontaktsport vergleichen. Ja, also Business ist heute ein Vollkontaktsport. Was hat sich geändert? Während du der Meister deines Fachs bist, also wirklich Profi in dem, was du in deiner Branche aufgebaut hast an deinen Produkten, an deinen Leistungen und so weiter, das ist erstmal das, was gesetzt ist. Das ist das, was du besonders gut kannst. Das ist aber nicht das Problem, sondern die Wettbewerbssituation, die entsteht, immer wieder entsteht. Das ist das Problem, denn auf einmal hast du einen Gegner vor dir. Also wenn wir jetzt wieder beim Karate sind und was dieser Gegner macht, ist, dass dieser Angriff von außen kommt. Also dein Unternehmen ist tendenziell bedroht, weil der Angriff von außen kommt, weil ein Mitwettbewerber ein ähnliches Produkt hat und jetzt kommt's, der Angriff ist immer selektiv. Immer auf eine bestimmte Region, auf ein bestimmtes Thema abgezielt. Wie müsst ihr euch das verstehen? Der Angriff kommt von außen, also Wettbewerber, bringt ein tolles Produkt auf den Markt und der Angriff geht selektiv, das heißt, er ist zum Beispiel schneller in der Produktion als ihr. Oder es ist ein Angriff auf eure Zielgruppe oder es ist ein Angriff auf euren Service, weil der oder die machen den Service einfach besser. Wenn wir uns das mal vorstellen, nehmen wir mal die Automobilindustrie, dann haben wir ein Auto und der Angriff ist nur auf den Motor. Der Verbrennungsmotor ist überhaupt nicht mehr interessant, sondern es soll jetzt ein Elektromotor sein. Das Auto ist das Auto geblieben. Es ist also nicht der Angriff auf das komplette Fahrzeug, sondern immer nur auf Teile in deinem Business, die etwas völlig komplett verändern können. Wenn der Verbrennungsmotor jetzt nicht mehr aktuell ist, sondern ein E-Fahrzeug, ist die Frage, wie viele E-Motoren hast du in deinem Lager? Kannst sie mal eben einbauen und das Ding auf den Markt bringen? Wahrscheinlich keinen einzigen, weil du gar nicht damit gerechnet hast, weil du ein Meister deines Fachs bist. Du bist meisterhaft in dem, was du mit Verbrennungsmotoren und Automobilbaukunst schaffen konntest. Ich bemühe leider immer wieder dieses Beispiel. Die Frage ist, wie lange dauert das Ganze umzuschnellen, in den ganzen Produktions- und Fertigungsprozessen? Dauert einfach viel zu lange. Das heißt, die Angriffe werden immer unvorhersehbarer. Das ist wie beim Kampfsport auch. Du kannst eigentlich nicht wissen, was in den nächsten 15 Sekunden los ist. Du weißt auch nicht, was in den nächsten 5 Minuten sein wird. Wird es ein K.O. geben? Er oder ich? Also Unvorhersehbarkeit ist natürlich ein riesengroßes Problem. Noch ein anderes Beispiel. Ich habe zum Beispiel einen Versicherungsmakler. Der Versicherungsmakler, der betreut uns wirklich top. Muss man wirklich sagen. Du rufst den an, der reagiert innerhalb von 24 Stunden, egal welcher Wochentag. Und dann sagst du, ich brauche das und das und das und dann besorgt er das. Prima. So, was mache ich in meiner Freizeit? Teste ich hier hin und wieder mal so ein paar Apps. Und da gibt es eine App, die nennt sich Clark. Kennt ihr sicher. Kannst du deine ganzen Versicherungen eingeben. Und dann checkt das Programm per Ampelsystem, wie gut ist die Versicherung im Vergleich. Sie sind unabhängig von irgendwelchen Marken. Also machen im Grunde den Vergleich für uns Endverbraucher. Und machen das so stylisch, dass du erstmal über eine ganz einfache Suche sagst, hier habe ich meine Haftpflichtversicherung, hier habe ich meine Unfallversicherung, hier habe ich meine Kfz-Versicherung und so weiter und so fort. Gibst das alles durch. So, das übergibst du alles, Andi. Und was dann passiert ist, so ein, zwei Tage später ruft dich dein Makler an und sagt, bist du wahnsinnig? Dann habe ich gesagt, wieso, was habe ich gemacht? Ja, du hast den Maklerauftrag mir entzogen. So, das heißt, du hast deine ganzen Versicherungen in die App reingeklopft. Du wolltest eigentlich nur wissen, also was ich so charmant fand, war, du hast eine App, ja, du hast keinen Leitsordner. Du hast eine App, da ist deine ganzen Versicherungen drin. Du siehst auf einen Blick, welche Versicherung wann ausläuft, was die Versicherungssumme ist, wen musst du anrufen im Schadensfall. Und per Ampelsystem, gelb, grün, rot, ist das eine gute Versicherung oder nicht? Dann siehst du auch noch deine Versorgungslücken, ja, kann ja sein, dass du irgendwie im Alter zu wenig Altersvorsorgeversicherungen hast oder dass du ein Risiko gar nicht abgedeckt hast. Siehst du alles auf einen Blick auf dem Dashboard der App. Da brauchst du doch nicht mal navigieren, machst die App auf, siehst das, bang. So, dann habe ich mir gedacht, wie geil ist das bitte? So, eine kleine Sache wurde verändert, nämlich die Verwaltung deiner Versicherungsunterlagen für den Endkunden. So, mein Makler hat das nachsehen, weil der kriegt keine Bestandsprovision. Für die ganzen Verträge, die ich da eingegeben habe, kriegt der keine Bestandsprovision mehr. Das haben wir natürlich rückgängig gemacht, ja, ist ein guter Freund von uns, der macht echt einen guten Job. Aber ich nehme mir dadurch natürlich den Komfort der App und ich bin wieder abhängig von einem Makler. Versteht ihr, was ich meine? So, wenn ich den jetzt nicht als meinen Kumpel hätte, wenn ich den jetzt nicht mögen würde, ist wirklich ein guter, dann hätte ich jetzt eine App, meine ganzen Versicherungen in diesem Ding drin. Das heißt, das Geschäftsmodell eines Maklers ist hiermit hinfällig. Könnt ihr euch das vorstellen? Einfach nur, weil einer eine App in den Markt gebracht hat. Da kannst du der geilste Makler der Welt sein. Wenn du nicht mit all deinen Kunden so ein persönliches Verhältnis hast, wie dieser Makler mit mir, dann verlierst du die Kunden in Nullkommanix. Also du kriegst zumindest keine Bestandsprovision mehr. Du kriegst Abschlussprovision. Aber ein Makler lebt von beidem. Er braucht beides, um davon sich ein Business aufbauen zu können. So, einfach nur mal die Idee, dass der Angriff aus dem Wettbewerb kommt und dieser Angriff so massiv sein kann, aber dennoch selektiv und unvorhersehbar. Dann ist einfach die App da und die ist in jeder Fernsehwerbung. Die ist in jeder Retargeting-Strategie bei Facebook. Alle Banner zeigen diese App auf einmal an, weil du dich irgendwann mal für dieses Thema interessiert hast. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michal Menten und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch einen Special Deal. So, jetzt bin ich am Abwägen. Habe ich einen Makler in Fleisch und Blut oder habe ich eine App, die das für ihn tut? Die das für mich tut. Das bedeutet, alles ändert sich. Es gibt eine Untersuchung, dass über 60% der C-Level-Entscheider sagen, dass die Entscheidungen komplexer geworden sind durch die Digitalisierung. Ich habe es hin und wieder mal im Podcast erwähnt, das ist super schwierig, wenn ich nicht befähigt bin, ein digitales Projekt zu führen, dann bin ich einfach auch nicht in der Lage zu wissen, was ist der richtige Preis? Was ist der richtige Zeithorizont? Am Ende habe ich so einen Berliner Flughafen, der nie fertig wird. Das hat ja auch viel mit Investitionen zu tun, mit Verdienstausfällen und so weiter und so fort. Also über 60% der C-Level-Entscheider sagen, die Entscheidungen sind viel, viel komplexer geworden. So, das heißt im Umkehrschluss, dass wir erfahrungsbasiert denken. Wir können also nur die Sachen nutzen, die wir aus der Erfahrung uns an Wissen angeeignet haben. Und was ist das Problem? Genau dieses Wissen ist altes Wissen. Das heißt, wir haben vergangenheitsbasiertes Wissen, was wir einsetzen, um unser Unternehmen nach vorn zu bringen. So, also mal in eine andere Welt, ich bin Logistiker, Straßenlogistiker, ich habe Fuhrunternehmen, so LKWs, die irgendwelche Güter von A nach B transportieren und muss das ab sofort im Wasser machen. So, ab sofort im Wasser machen ist eine ganz schlechte Idee, weil so ein LKW in einem Meer oder einem Fluss einfach wahnsinnig schlecht vorankommt. So, das heißt, es ändert sich auf einmal das Umfeld und die ganzen Assets von früher, die sind gefährlich geworden. die ganzen Assets von früher gefährden mein Business. Ja, der LKW ist einfach gebaut für eine Straße und nicht für einen Fluss oder für ein Meer oder sowas. Ja, sondern all das, was ich gebaut habe, was ich um mein Unternehmen an Assets entwickelt habe, das ist auf einmal gefährlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, was wir brauchen, ist ein neues Denken und ein neues Handeln. Die zentrale Frage ist also, warum bin ich erfolgreich? Und ich habe so ein Bild immer wieder vor Augen von einem Pferd und einem Reiter. Ja, und die beiden, durchtrainiertes Pferd, ja, toller Jockey, der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Der ist mit dem Pferd eine Einheit. Das ist eine starke Einheit. So, und jetzt kommt der Wettbewerb dazu. Jetzt kommen also noch andere Reiter mit ins Spiel. Und es verändert sich auf einmal das Umfeld. Das heißt, der Jockey mit dem Pferd ist einfach nicht mehr auf der Rennbahn, ja, sondern der ist jetzt in der größten Welle im Ozean unterwegs. Ja, und sie wundern sich, warum kommen wir denn jetzt hier nicht weiter? Ja, und das Pferd fragt den Jockey, der Jockey fragt das Pferd und sagt, hey, hast du dich verändert? Nee, ich habe mich nicht verändert. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind nicht mehr stark genug für diesen Wettbewerb. Ja, und auf einmal sind Delfine, die da mal eben vorbeiflitzen, viel besser dran. Warum? Weil die sich angepasst haben an das Umfeld. Ja, aus den Beinen sind halt dann Schwimmflossen geworden, ja. Und bei dem Bild zu bleiben, angepasst heißt, ich kann auf einmal diese Welle surfen, während ich als Jockey und Pferd, als starke Einheit, als Meister meines Fachs, das halt einfach nicht mehr kann. Und das ist der große Unterschied. Und das ist im Grunde dieser Denkanstoß heute für diese Podcast-Folge, den ich dir mitgeben möchte, auch über dein Startup, über dein Geschäftsmodell einfach mal nachzudenken und zu sagen, okay, was würde denn passieren? Welcher Angriff könnte denn von außen kommen? Das lohnt sich wirklich auch mal in einem Workshop zu machen, der mein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellt. Und denk dran, die Angriffe sind nie in einem ganzheitlichen Kontext zu verstehen. Das heißt, es kommt niemand, der genau das Gleiche anbietet wie du und nur eine Komponente besser macht. Sondern der greift eine ganz bestimmte Komponente deines Businesses an, ja, er ist schneller. Das heißt, alles ändert sich. Eine Umfrage hat ergeben, über 60% der C-Level-Entscheider sagen, dass die Entscheidungen komplexer geworden sind. Über 60% der C-Level-Entscheider sagen das. Das ist ein großes Problem, denn das bedeutet, dass unsere Entscheidungen auf einer ganz anderen Basis getroffen werden, nämlich auf einer Erfahrungsbasis, also erfahrungsbasiertes Denken. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, was das bedeutet. Da bin ich ja in der Vergangenheit. Das heißt, ich nehme altes Wissen, um etwas Neues zu entwickeln. Schwierig. Ja, ich treffe meine Entscheidung auf altem Denken. Das heißt, wir haben ein vergangenheitsbasiertes Denken. So, und das ist übertragbar auf eine andere Welt. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal die Logistiker. Ja, wenn ich ein Logistikunternehmen habe, ein Fuhrunternehmen habe, LKWs habe, dann sind die einfach gebaut für Straßen. So, und wenn morgen der Ruf kommt und sagt, hey, der Markt hat sich verändert, ja, wir sind morgen im Ozean oder wir sind morgen in einem Fluss unterwegs, dann ist das mit den LKWs echt schwierig und dann können deine Assets, die du gebaut hast, um dein Unternehmen herum, einfach auch gefährlich sein. Ja, gefährlich für dein Business, gefährlich für deine Existenz. Und denk dran, ganz am Anfang habe ich gesagt, die Angriffe von außen, die kommen immer nur selektiv auf einzelne Bereiche, auf einzelne Assets in deinem Unternehmen, auf das Thema Geschwindigkeit, auf das Thema Kunden oder Zielgruppe. Ja, Services, die einfach besser gemacht werden, interaktiver gemacht werden, schneller gemacht werden. Das bedeutet, wir brauchen neues Denken und neues Handeln. Und da gibt es dieses schöne Bild, was ich, glaube ich, hier auch schon im Podcast ein paar Mal gebracht habe. Ich muss es immer wieder bringen, weil ich es einfach geil finde. Stellt euch vor, Pferd und Jockey. Durchtrainiertes Pferd, muskulöses Pferd. Jockey, weiß genau, was er tut. Vollprofi macht das nicht zum ersten Mal, ist wirklich Meister seines Fachs. Und beide ergeben eine ganz starke Einheit. Und stark reicht aber nicht aus. Sie können nur gewinnen, wenn sie in einen Wettbewerb gehen. Und gewinnen geht einfach nur mal so, dass ich mich auf mein Umfeld anpassen muss. Schmeißen wir also jetzt Jockey und Pferd vorher auf der Trabrennbahn oder auf der Rennbahn, schmeißen wir die jetzt in den Ozean, dann sieht das nicht mehr ganz so lustig aus. Wir haben an dem Pferd, an dem Jockey nichts geändert. Wir haben an dieser starken Einheit nichts geändert. Wir haben an diesem Meister seines Fachseins nichts geändert. Wir haben nur das Umfeld geändert. Wir haben eine Komponente einfach verändert. So, was machen die beiden im Ozean? Die sehen ziemlich alt aus, weil da habe ich einfach keinen Grip unter den Hufen, dass ich irgendwie dieselbe Geschwindigkeit aufnehmen kann, wie ich eigentlich müsste, um im Wettbewerb mithalten zu können. Es geht einfach nicht mehr. Die ganzen Eigenschaften sind verloren gegangen. Und da ziehen an mir einfach so ein paar freche Delfine vorbei, die sich angepasst haben an die Umgebung. Aus den ganzen Armen oder Gliedmaßen sind irgendwie Schwimmflossen geworden. Die können auch noch länger unter Wasser bleiben und tauchen und sind ergodynamisch geformt und so weiter und so fort. Das Rennen machen die nicht mehr der Jockey und das Pferd. Die starke Einheit ist eine schwache Einheit geworden und wird sicher nicht dafür sorgen, dass dieses Unternehmen weiterhin existieren kann. Und das war im Grunde der Impuls heute mit dieser Podcast-Folge, nochmal darüber nachzudenken und zu sagen, Okay, Digitalisierung, welchen Change-Prozess durchlebe ich hier eigentlich gerade und ist mein Geschäftsmodell darauf ausgerichtet, dass wenn morgen eine empfindliche Komponente in meinem Gesamtkonstrukt getroffen wird, angegriffen wird, ist das dann noch tragfähig? Bin ich dann noch wettbewerbsfähig? Okay ja mal wettbewerbsfähig? Ja mal wettbewerbsfähig? Vielen Dank.